Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio. Ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge Bus Simulator hier auf der PlayStation 4. So, wir haben in der letzten Folge unsere Ziele erreicht und das sind unsere neuen Ziele. Kaufe einen neuen Bus, stelle einen Fahrer, ein Generiere Einkommen auf einer Strecke mit einem Fahrer, transportieren mindestens 180 Fahrgäste. Das werden wir jetzt hier in dieser Folge tun und da können wir uns jetzt mal so ein bisschen um die Kommentare unterhalten von den letzten Folgen. Erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank für euer Feedback und für eure Kommentare. Das ist sehr, sehr nett, sehr positiv. Viele, viele Fragen sind halt auch bezüglich der Xbox-Version, der PlayStation-Version und so weiter und so fort. Da können wir uns jetzt mal so nach und nach uns jetzt mal hier heransetzen. Erstmal sollen wir einen neuen Bus kaufen. Das werden wir jetzt erstmal tun. Ja, wir brauchen das hier nicht. Und zwar den Seetra, den hätten wir ja als nächstes. Und der kostet ganze 158.000. Den wollen wir jetzt kaufen. Ja. Und da haben wir den schon. Dann gehen wir jetzt hier um den Streckenplaner. Da sehen wir, unser erstes Ziel ist erreicht. Jetzt sollen wir einen neuen Fahrer einstellen. Das werden wir jetzt machen, indem wir jetzt wieder hier zu den Angestellten wechseln. Und dann haben wir hier Lehrling, 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 Lehrling. Alles bloß Lehrlinge. Also ich raff's noch nicht so ganz, wie man... Hat immer kalte Füße, hat viel Erfahrung mit dem Go-Kart fahren. Schaut gerne Cartoons. Na, das passt ja. Das Problem ist... Ah, so. Ach, da ist das. Ah, okay. Das ist so leicht bläulich. Okay. So, dann haben wir unseren generiere Einkommen. Dann können wir hier den Kollegen hier zuweisen. Du fährst mit dem Citaro, richtig. Und wir werden dann zukünftig jetzt mit dem Seetra fahren. Dann haben wir das auch. Beauftragen. Können wir das hier schon mal wieder schließen. Da haben wir einen Fahrer drauf. Das sehen wir anhand des Busses. Aber da ist noch kein Fahrer drauf. Ach so, wir müssen den noch auswählen. So, jetzt sehen wir, es ist ein Bus auf der Strecke und ein Fahrer. Der fährt jetzt zukünftig und wir werden jetzt die Astra-Promenade fahren. Und das Ganze heute allerdings mal mit dem G29-Lenkrad. Ich bin gespannt, ob das jetzt funktioniert. Das ist ein bisschen tricky. Ich brauche trotzdem den Controller. Um das Ganze halt zu spielen. Was ich persönlich ein bisschen eigenartig finde. Auch das Umschauen funktioniert nicht. Vielleicht muss ich da noch irgendwie was einstellen oder sowas. Ich habe mir jetzt mal so gedacht, wir schauen mal, wie das Ganze mit dem Lenkrad funktioniert oder so. Deswegen werden wir jetzt mal hier in die Fahrt starten. Und jetzt muss ich mal was gucken. Genau, weil es kommt nämlich von euch so, so oft die Frage. Und ich weiß, dass das Ganze bereits jetzt schon in den Update-Startlöchern steht. Und zwar wird immer oft gefragt, wo ist denn der Rundfahrmodus? Der Rundfahrmodus ist dieser Modus. Der heißt hier komischerweise Ping-Pong-Modus. Warum das so übersetzt wurde, so gab es das auch nie in der PC-Version oder sonst irgendwas. Also der Ping-Pong-Modus ist der Rundfahrmodus. Den müsst ihr dann dementsprechend halt aktivieren. Und achtet dabei, dass ihr auch immer, wenn ihr diesen Ping-Pong-Modus hier anhabt, den Fahrkartenverkauf immer anhabt. Ihr müsst Fahrkarten verkaufen, sonst kommt ihr an manchen Aufgaben nicht mehr weiter. Ja, nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. So, wir wollen Wetter-Tageszeit machen wir nicht zufällig. Wir wollen am Tag fahren. Tag ist schöner. Fahren mit dem Sedra-Schnellstart an und damit können wir sagen, Fahrt starten. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. So, ja, ja, Lenkrad hat er auf jeden Fall schon erkannt. Das ist schon mal sehr löblich. So, jetzt brauche ich wieder den Controller, um das Ganze hier wieder umzuschalten, damit ich jetzt hier das hier machen kann. Jetzt gehe ich wieder raus und jetzt muss ich wieder über das Lenkrad und das ist halt alles ein bisschen eigenartig. Oh, der bremst aber spät. So, wir waren mal gut abgesenkt. Kommt da noch wer? Nö, sieht nicht so aus. So, dann werden wir mal weiterfahren. Ja, auf jeden Fall war das zumindest schon mal eine der vielen Fragen gewesen. Die wurde sehr oft tatsächlich gefragt mit dem Ping-Pong-Modus und dem Rundfahrmodus. Die andere Sache ist zum Beispiel, dass es wohl auf der Xbox richtig große Probleme geben soll, was die Performance angeht und sehr, sehr viele Spielabstütze wohl haben soll. Also, ich habe jetzt auch die Xbox-Version da. Ich share den Xbox-Account mit meinem Bruder. Und sprich, ich könnte da auch mal reinschauen. Er selbst hat aber gesagt, dass er jetzt nicht so die Probleme hat. Also, am Anfang hat er da die Probleme gehabt, sodass es abgestürzt ist. Aber es gab wohl irgendwie was, was man im Internet wohl nachlesen konnte. Und zwar ist es irgendwie bei Leuten häufiger der Fall gewesen, die den Bus-Involator vorbestellt haben und den Vorbesteller-Bus bekommen haben. Der soll irgendwie Probleme bereitet haben. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Es wurde jetzt halt nicht von Still Alive bestätigt in der Richtung oder so, dass es da irgendwie Probleme gab. Aber vielleicht das Ganze mal irgendwie versuchen zu deinstallieren halt. Zumindest den Vorbesteller-Bonus. Und ja, war zum Beispiel auch eines der Sachen. Andere Sache, was ich persönlich ein bisschen eigenartig finde, ist... Oh, der hat echt schlechte Bremsen. Holy Mist. Was mir persönlich zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass das irgendwie hier... Hier muss ich... Genau, ein Tag. Standard. Anzahl drucken. So, 3,80 Euro. Bitteschön. Eine Fahrkarte, bitte. Noch ein Tag. Standard. Drucken. Und 3,80 Euro. Ach so. Da fehlt noch ein Euro. Entschuldigung. Hier muss ich raus. Ja, das ist nicht mein Problem. Ähm. So. Das ist echt kompliziert hier mit... Äh, lasst uns. Das ist nett. Ja, also das... Wie gesagt, da gab es wohl auch Probleme. Ähm. Schade eigentlich. Also, ich habe auch gelesen, viele sind sehr, sehr zufrieden mit dem Bus-Simulator. Man merkt halt, dass die Performance halt... Dass es wohl nicht so hoch aufgelöst ist. Ähm. Da habe ich auch gelesen, dass da auch irgendwie was, äh, so patch-technisch irgendwie nochmal nachkommen soll. Ich brauche auch eine Fahrkarte. Ich brauche auch eine Fahrkarte. So. Wieder ein Tag. Student. Anzahl 1. Danke. Wie gesagt, aber es kann nochmal sein, dass ich hier beim Lenkrad nochmal irgendwas einstellen muss. Ja, das, ähm, G29 ist ja für die Playstation 4. Ihr könnt das natürlich mit dem ganz normalen Dualshock spielen. Ja, ihr braucht jetzt hier kein Lenkrad oder sonst irgendwas, ja. Also, ich... Teilweise muss ich sogar sagen, finde ich es jetzt mit dem Controller doch irgendwie bequemer zu spielen als jetzt mit dem Lenkrad, weil du halt jetzt irgendwie gefühlt beides nehmen musst. Aber wie gesagt, das kann jetzt auch wirklich nur sein, weil das, ähm, das jetzt nicht richtig eingestellt ist. Kann ich bitte eine Fahrkarte? Eine Fahrkarte. So, zu bekommen. Eine Woche. Standard. Danke. So. Ich mag es eigentlich, wenn ich so ein bisschen in die Kurve reingucken kann. Das geht hier irgendwie nicht. Das ist irgendwie ein bisschen sehr eigenartig. Genau, auf dich habe ich gewartet. Also, ich muss aber auch sagen, also, das Spiel ist jetzt wirklich... Kriege ich jetzt, äh, kein Award oder sowas von der Grafik her gesehen. Aber, ich muss sagen, dafür, dass es eine Bus-Numulation jetzt endlich mal für eine Konsole gibt, finde ich es doch echt okay, was wir hier geliefert bekommen. Es hat wirklich viele, viele Macken noch. Ich hoffe, dass das eventuell von Still Alive da noch so ein bisschen gepatcht wird, alles. Aber ich gehe mal schon stark davon aus, dass sie das machen. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Einzel, Standard und drücken. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Einmal Tag, Standard, mein, drücken. So, 13, 80. Oh, da war die Bodenschwelle. Leider leicht übersehen. Stimmt ja, die kommt ja auch gleich noch ein Blitzer, meiner Meinung nach. Müssen wir sowieso ein bisschen aufpassen. Wir haben auch noch Zeit. Oh Gott. Das ist jetzt natürlich wieder er. Das ist jetzt hier kein Kopfhörer. So. Extra Punkte. Nächster Halt. Media Center Astra. Nächster Halt festspeichern. Nächster Halt festspeichern. Oder die Leute dann rufsetzt auf die Touren. Nächster Halt festspeichern. Ist auf jeden Fall schon cool, wenn du damit fahren kannst. Aber dadurch, dass du beides brauchst, irgendwie ein bisschen unhandlich das Ganze. Nächster Halt festspeichern. Nächster Halt festspeichern. Waren aber auch viele dabei gewesen, die sich sehr gefreut haben, dass der Bus-Emulator da ist. Also auch ich kann das halt bestätigen. Wie gesagt, zu meiner Zeit hätte ich mich sehr, sehr drüber gefreut, wenn es sowas gegeben hätte bei uns. War aber dem nicht so. Damals brauchte man schon einen guten PC für. Oh, hier, Unfall. Ja, und viele berichten natürlich auch, dass die Probleme öfters immer waren, wenn man halt ins Depot gefahren ist. Dadurch, dass wir ja nie ins Depot fahren, sondern immer gleich hier so die Fahrt abschließen. Ja, ist uns das dementsprechend jetzt nicht aufgefallen. Was man aber so auf jeden Fall mitbekommen hat, dass die Xbox-Version wohl doch mehr Probleme hat. Scheinbar als die PS4-Version. Deswegen hofft man mal, dass das Ganze jetzt nicht so lange auf sich warten lässt mit dem Update. Oh, wir hatten einen Schwarzfahrer. Ja, das habe ich gar nicht kontrolliert. So. Wie sieht es aus? Transportiere mindestens 180 Fahrgäste. Haben wir das noch nicht geschafft, nee. Dann müssen wir jetzt leider nochmal die Tour fahren, würde ich sagen. Streckeplaner. Dann fahren wir es jetzt aber mal im Dunkeln. Da gab es auch noch ein paar Sachen. Oh, komm, wir machen mal regnerischen Tag hier. Da gab es auch noch ein paar Sachen. Zum Beispiel fanden viele das ein bisschen schade, dass das Ganze, wenn es halt... Ja, was wollte ich sagen? Ach so, im Dunkeln und bei Regen eigentlich mal gar nichts mehr sieht. Das ist natürlich die Frage, wo ist das Scheinbücher? Das ist die Zündung. Das ist die Zündung. Die blockieren die Tür. So, Standard, Anzahl 2. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. So, Tag, Standard 1. 3,80 Euro. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Äh, Tag, Senior. Und 4,60 Euro. So, das war alles gewesen mit blockierte Tür. So, gut. Dann können wir weiterfahren. Regen sieht schon hübsch aus. Das wollen wir mal lassen. Haben die falschen Busleiter. Sehe ich gerade. da eine Fahrkarte bitte eine Fahrkarte Tag Standard Danke Nordspeicher Nordspeicher Was mir zum Beispiel auffällt sehe ich jetzt gerade der Scheibenwücher der macht viel mehr trocken von der Scheibe also wischt viel mehr weg als wie eigentlich der Scheibenwücher groß ist so Senior 2 1 40 Ich brauche eine Fahrkarte Woche Senior Das fällt mir jetzt nur gerade so auf der Scheibenwücher Ja also auf jeden Fall müssen sie noch fixen also Super Sachen Und setzen sie sich wieder hin Ne jetzt sitzen sie Ich muss sie tatsächlich erstmal einmal angucken damit sie sich hinsetzen So Hier muss ich raus Ich freue mich jetzt nach oben Und dann Ich frage noch Ich frage noch gestern Alpen da ist klar Normal ist das alles normal, wenn das Zeit kommt, wenn es spannend ist. Das ist alles normal, wenn es nicht möglich ist. Eine Fahrtate bitte. 1,10, Senior, 8,20. 20. Oh nein, nein, nein. Entschuldigung. Wir können es nicht auslassen. Wir können es nicht auslassen. Wir können es nicht auslassen. Das ist ein Training. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht noch schneller. Ja, also im Regen ist schon interessant zu fahren, aber das habe ich auf dem PC noch nie getestet. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. So, Woche, Standard, zwei. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Woche, Standard. Danke. Hier sind wir gerade gerutscht oder er hat mir gerade das Lenkrad einfach so aus die Hand geschmissen. Aber das sieht schon gut aus, ja, das mit dem Regen und so. Also da muss er sich auf jeden Fall nicht verstecken. Aber das ist ja auch die Unreal Engine. Ja, da geht das schon. Da kann man auf jeden Fall schon coole Sachen mitmachen. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Schön, sie hat Shampoo gekauft. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Endstation, bitte alle aussteigen. Aber wir werden jetzt die Aufgabe immer nicht abgeschlossen haben. Die müssen wir in der nächsten Folge dann machen. So, abschließend war aber jetzt... Es war ein bisschen blöd, weil ich jetzt genau den falschen Bus genommen habe. Tschüss. 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 So. wir haben den lion city a 37 freigeschaltet wunderschön und wir haben es auch nicht geschafft das ist jetzt nicht der ernst gut leute ich würde sagen nächstes mal machen wir das und dann schauen wir mal ob wir jetzt endlich denn hier das ziel hier auf jeden fall schaffen also wenn ihr mehr sehen wollt unbedingt wieder einschalten lassen leichter wenn euch das video gefallen hat und sonst schreibt sie die kommentare falls ihr noch fragen haben solltet und ja sonst sehen wir uns dann halt wieder damit verabschiede ich mich bis dann ciao ja